hi und herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal ich bin der basti mit mir fährst du alles was mit dem thema krypto und natürlich krypto trading zu tun hat wenn du Bock drauf hast in der community reinzuschauen würde ich mich auf jeden fall ist sehr freuen ich würde sagen wir schnacken heute auch nicht lange rum wir lassen auch das intro komplett weg wir machen heute ein kurzes und knackiges update video hier für dich wie jeden tag um 9 uhr ist spätestens das update video hier auf meinem youtube kanal für dich online deshalb würde ich sagen starten wir direkt rein let's go all right gut also leute vier stunden chart gestern hat man noch einen schönen live team gehabt ja da war es vielen lieben dank danke für knappe 800 zuschauer vielen dank dafür und jetzt wie ihr ganz gut sehen könnt ist bitcoin weiterhin auf kurz wir haben uns das gestern angeschaut haben gestern ganz genau darauf geachtet und gesagt hey wenn wir diese v formation hier rein kriegen erwarte ich jetzt hier dann erstmal eine kleinere konsolidierung phase und dann best case scenario wieder richtung 17.000 us-dollar stand jetzt sind wir genau auf kurs stand jetzt haben wir auch wunderbar unseren vier stunden fünfziger im a nach oben hindurch brauchen und man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen gestern dieses fmc protokoll von der fed her die dann einfach mal einen groben ausblick dafür gibt wie die nächsten zins entscheide werden haben es sich ein paar fett mitarbeiter beziehungsweise ein paar fett abgeordnete dazu ausgesprochen einfach hier jetzt hier die zinsen dementsprechend langsamer dann die zinsen nicht mehr so krass nach oben zu schrauben das heißt wir können erwarten dass wir im dezember am 16 12 ist es ja soweit noch mal einen zinsentscheid sehen da werden wahrscheinlich noch mal die 0,75 prozent punkte kommen ja aber dann im nächsten jahr glaube ich dass das ganze etwas runtergefahren wird möglicherweise sogar auf 0,25 prozent ja je nachdem wie sich die wirtschaft dann entwickelt also das auf jeden fall eine gute sache deshalb hat dann gestern der nestec auch sehr positiv reagiert aber dann auch der bitcoin schauen uns dann gleich noch mal in den kleineren timeframes an was man dann auch gut sehen kann und das haben wir uns gestern dann auch im live stream angeschaut habe ich gesagt hey wir haben uns jetzt hier einfach mal den point of control reingelegt das heißt dieses volumen profil was du hier siehst ja entspricht im moment einfach dem was jetzt hier sehr krass abgehandelt worden ist das heißt hier in diesem bereich wurde sehr viel abgehandelt und genau da befinden wir uns jetzt im moment drin das heißt wir sind jetzt genau in dieser zone hier drin die könnt ihr euch einfach auch mal ein zeichnen zu als visuelle darstellung er hat das sieht man jetzt hier auch noch mal ganz gut wir sind jetzt genau in dieser zone jetzt wird die sache natürlich spannend denn wir haben jetzt erst mal zumindest den point of control wieder unter uns was bedeutet das das bedeutet haben wir haben jetzt den wichtigen widerstand nach oben hin durchbrochen ihr seht hier auf dem vier stunden chart hatten wir massive probleme hatten dann schönen support gefunden sind durchgebrochen und jetzt will ich einfach sehen dass dieser point of control und der 50er ima der by the way hier fast eindeutig gleich läuft wie unser point of control an der stelle da möchte ich jetzt einfach ganz genau sehen dass wir jetzt einen schönen retest sehen auf dem 50er ima haben wir das jetzt hier schon gesehen und jetzt möchte ich das auch auf unserem point of control sehen dann ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass wir richtung diese hochs hier wieder marschieren und das ist genau 17.000 us dollar ja die 17.000 us dollar müssen wir dann durchbrechen was nicht alles zu einfach wird weil hier kommt dann auch schon der 100 ima rein und unser wichtiger 17.000 147 dollar widerstand das war nämlich dann genau dieser hier wo wir versucht haben hier immer drüber zu brechen also ihr seht schon das ist dann genau diese zone wo wirklich dann sehr spannend und entscheidend wird was dann mit dem bitcoin preis passieren wird das heißt wenn wir hier hochkommen richtung 17.000 1100 us dollar dann wird sich entscheiden ob wir hier nochmal sehr stark rejected werden und nochmal hier runterfallen möglicherweise auf 16.300 dollar also nochmal in diese konsolidierungsphase hier rein ja oder ob wir wirklich dann den move schaffen und jetzt hier weiter nach oben gehen ich habe ja dann auch gesagt ja im moment sieht es für mich einfach danach aus dass wir so eine kleine erholungsphase sehen können sieht man auch auf dem daily chart weil wir auf dem daily chart auch eine bullish divergenz haben schauen wir uns dann gleich im nächsten chart bild einfach mal an aber ihr seht ihr auch noch mal ganz gut auf dem vier stunden chart sieht das auf jeden fall ganz gut aus dann einstunden chart gehen wir hier einfach mal rein schauen uns das ganze auf dem einstunden chart an machen wir diese boxen jetzt erstmal wieder weg und jetzt ist es nämlich sehr gut dass wir endlich 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 diesen bereich hier hinter uns gelassen haben und der war nämlich sehr wichtig denn am sonntag war es nämlich so also letzte woche am sonntag haben wir hier die ganze zeit getradet und das war den ganzen tag haben wir uns hier seitwärts bewegt dann kam der impuls nach unten und das ganze ding war die ganze zeit jetzt hier seit vorgestern immer wieder widerstand ja die ganze zeit und jetzt in der nacht sind wir darüber rausgebrochen sieht erst mal ganz gut aus und jetzt sieht es auch danach aus es würden wir hier wie so eine kleine bull flag möglicherweise formen das würde ich definitiv für den heutigen tag mal im auge behalten was da passiert technisches preisziel von dem ganzen ding ist eher so eine kleinere er würde uns dann hier nochmal hoch bringen richtung 16.970 dollar und dann würden wir anklopfen an den wichtigen 17.000 man muss auch eins dazu sagen heute feiertag thanksgiving in den usa börsen haben heute zu beziehungsweise eingeschränkten handel auch morgen ist das nochmal der fall dass er eingeschränkte handel ist das heißt ja es ist im moment dann nicht so viel liquidität in den markt was es für die market maker im moment einfacher macht den kurs in eine gewisse richtung zu drücken sei es nach oben oder nach unten also da definitiv aufpassen ich gehe nicht davon aus dass wir jetzt hier irgendwie jetzt fünf tage weil dann kommt ja das wochenende schon wieder ja also dass wir jetzt hier irgendwie vier fünf tage hier komplett nur seitwärts gehen und überhaupt gar kein volumen reinkommt das glaube ich nicht ja deshalb lege ich davon aus donnerstag freitag wird ganz normal hier auch bei bitcoin hier gute volatilität zu sehen sein meiner meinung nach ihr seht es ja auch ja die volatilität ist jetzt wirklich wieder zurück wir kriegen hier wieder teilweise moves rein von 4 500 dollar das ist wieder ganz okay das war schon mal krasser ihr wisst selber aber für den bärenmarkt wirklich okay weil wenn man sich das nämlich anschaut wie die volatilität hier war er da reden wir halt immer wirklich nur von knappen 160 170 dollar moves aber die volatilität kommt jetzt hier wieder langsam zurück was jetzt erstmal wieder gut ist ist dass wir zumindest jetzt hier wieder in unserer großen range sind das heißt wir sind jetzt hier wieder in dem bereich 17.000 us dollar und wir müssen es halt jetzt hier so langsam schaffen wieder hier hoch zu kommen richtung 20.000 das wäre natürlich das best case jetzt gehen wir trotzdem rein für die daytrader unter euch weil ich mache ja analysen für die swing trader ja für die leute die nachkaufen wollen allerdings auch für die leute die jetzt hier auf den 15 minuten chart traden und hier den tageschart nehmen und hier den 15 minuten chart verwenden um hier profite zu realisieren also schauen wir uns das ganz ganz ernst 15 minuten chart nehmen wir uns den tradis reality indikator noch dazu und nehmen hier auch nochmal unseren vpvr dazu und was man jetzt erstmal ganz gut sehen kann ist wir hatten hier unser daily open und wie man ganz gut sehen kann sind wir erstmal drunter gebrochen hatten das hier fast nochmal angetestet grüne vector candle kam mit asien jetzt hier rein also die asiaten machen jetzt seit den letzten zwei tagen wirklich immer sehr sehr starke moves sieht man hier auch nochmal ganz gut also die asiaten haben uns wirklich jetzt in einer nacht nicht abverkauft fingers crossed dass das auch so bleibt ja aber man sieht jetzt hier auch ganz gut wir haben hier noch eine vector candle die mit daily open zusammenpasst und genau mit unseren 16.588 dollar ich kann mir sehr gut vorstellen wenn wir jetzt hier diese kleineren hochsinnig rausnehmen und heute ganz klar widerstand bereich für den heutigen tag ist auf jeden fall diese box die könnt ihr euch einzeichnen 16.811 bis 16.762 US dollar das ist der ausschlaggebende punkt wenn wir es schaffen sollten hier nach oben hin wieder da rein zu kommen müsst ihr auf ein double top aufpassen sollten wir diese hochsinnig rausnehmen ist das double top wie gesagt geschichte und wir gehen richtung 17.000 dollar meiner meinung nach sollten wir aber hier hoch kommen und wieder sehr stark rejected werden mit einer sehr schönen roten candle hier zum beispiel muss man davon ausgehen dass wir hier erstmal dann die möglichkeit rein kriegen würden auf so ein größeres double top auf dem 15 minuten chart wohlgemerkt ja deshalb da einfach sehr stark aufpassen des weiteren sieht man dann hier auch nochmal gut und ganz gut unser pivot point liegt hier unten dass wir den auch nochmal antesten ist durchaus sehr wahrscheinlich was uns allerdings sehr guten support bringt ist im moment der 50er der 100er der 800er IMA das ist diese weiße linie die hier kommt ja und ganz hier unten ist dann nochmal unser 200er IMA also auch auf dem 15 minuten chart geben uns die IMAs wirklich sehr guten und starken support und wir müssen uns jetzt hier nochmal eins anschauen denn hier schaut euch das mal an das Psi High das wird dann heute auch nochmal im Webinar besprochen und by the way wer da noch nicht sich angemeldet hat sollte das unbedingt tun unbedingt hier unten in der Videobeschreibung draufklicken heute Abend Webinar Vector Candles, Bookmap, Liquidation Maps und noch vieles vieles mehr deshalb schaut da unbedingt rein für meine Subscriber hier auf YouTube komplett kostenlos Link findest du unten in der Videobeschreibung heute Abend 20 Uhr geht es da auf jeden Fall los und jetzt schaut euch mal nämlich an was nämlich dann hier genau bei diesem Psi High passiert ist äh voilà ja wir sind fast auf den Dollar genau da fehlen nur noch ein paar kleinere Dollar Beträge ja sind wir auf dieses Psi High hier gelaufen und wurden erstmal wieder abverkauft das heißt auch hier wird die Sache jetzt erstmal spannend werden ich persönlich gehe davon aus dass wir hier hochlaufen und erstmal hier so ein bisschen Probleme reinkriegen könnten und dann wird sich zeigen ob wir hier nach oben gehen ja also das im Auge behalten es sieht danach aus es wird hier hier zum Beispiel jetzt auch schon wieder die nächste grüne Vector reinkriegen und somit dann auch unsere Bull Flag auf dem 1 Stunden Chart was ich euch eingezeichnet habe jetzt dann auch nach oben hin durchbrechen also erstmal gar nicht ein so schlechtes Zeichen des Weiteren mache ich die ganze Zeit weiterhin DCA ihr wisst Bescheid alles was unter 20.000 Dollar ist ist für mich DCA Zone ich habe jetzt aber meine Positionen runter verschoben auf 15.000 und 14.000 US Dollar einfach weil ich bei 18.000 sehr viel nachgekauft habe und ich mein Durchschnittspreis wenn wir nach unten fallen ja nochmal deutlich deutlich jetzt hier wer mir nach unten ziehen könnte ja das bedeutet ich habe ja unten sehr sehr tief eingekauft und je höher ich immer einkaufe desto näher verschiebt sich ja mein Durchschnittspreis immer Richtung aktuellen Preis ja je nachdem wie viel Amounts man einfach hat und wie viele Bitcoin man einfach hat für mich macht es einfach jetzt im Moment mehr Sinn weiter unten zu kaufen bei 14 oder 15k dass ich mein Durchschnittspreis nicht so krass dann irgendwie hier nach oben verschiebt wenn ich jetzt hier 10 oder 15 Bitcoins hier einkaufe bei 18.000 Dollar zum Beispiel ja nur als kleines Rechenbeispiel dann gehen wir rein schauen uns das ganze beim Nasdaq an denn der Nasdaq hat uns dann gestern natürlich sehr sehr stark weitergeholfen sieht man dann hier auch nochmal ganz schön wir hatten dann hier eine kleine Bewegung das war dann hier mit unserem FOMC Protokoll wir hatten den schönen Pump nach oben wurden dann wirklich gut abverkauft aber was man hier wieder auch schön sehen kann ja es war genau hier erstmal wieder Feierabend also bei 11.730 Dollar und wir sind dann wirklich massiv hier wieder nach oben gepumpt und der Tag startet hier auch wieder ganz normal die Futures eingeschränkter Handel ja die Futures kann man handeln aber der Nasdaq wird dann auch hier nur eingeschränkt handelbar sein deshalb hier wegen Thanksgiving glaube ich nicht dass wir hier krasse Bewegungen sehen sondern dass sich das hier eher Verhalten in den nächsten zwei Tagen hier ausspielen wird zweiteren Bitcoin noch kurz auf dem Tageschart auch hier Daily ja Daily Chart Tageschart hier unten seht ihr das RSI ist auf den aufsteigenden Ast aber der Kurs ist hier nach unten gefallen das bedeutet wir haben eine Bullische Divergenz eine Bullische Divergenz ist ein gutes Zeichen dafür dass wir eine Erholung sehen und wir müssen es einfach schaffen wieder Richtung 19.000 Dollar hoch zu gehen sollten wir das schaffen hier oben rein zu kommen ja dann glaube ich wirklich dass wir hier dann nochmal eine größere Seitwärtsphase durchaus sehen könnten und wenn sich der ganze Schock mit FTX Genesis und so weiter und so fort sich langsam mal ein bisschen legt ja und die Leute jetzt einfach kapiert haben ja okay ja es ist zwar jetzt nicht gerade gut für den Kryptospaces werden auch die Regulierungen kommen aber man kann davon ausgehen dass wir hier weiter nach oben gehen ja und zumindest jetzt erstmal eine kleinere Erholung sehen weil man muss jetzt auch noch eins dazu sagen dass wir einen starken Job nach unten sehen müssten die traditionellen Märkte massiv einbrechen und zusätzlich müsste noch FUT News reinkommen das ist meine persönliche Meinung schreib es gerne unten rein in die Kommentare würde mich da auf jeden Fall interessieren was du davon hältst dann schauen wir uns noch ein wichtiges Thema an denn Kingfisher also wie sieht im Moment unsere Liquidation Map aus Liquidation Map also alles was Richtung 17.000 US-Dollar geht ist gut zu fischen aber auch nochmal alles was Richtung 16.000 15.600 geht also diese ganz kleinen Short Term Time Frames sieht man hier einfach nochmal ganz gut ja dass hier halt massiv Leute in krassen Positionen drin sind und aber auch dann trotzdem die Market Maker gut daran verdienen könnten wenn hier trotzdem die ganzen Short Positionen rausgekillt werden also alles was über 16.500 16.800 ist ist definitiv sehr interessant und das können wir uns jetzt hier mal anschauen ja wir sind jetzt genau bei 16.700 Dollar das bedeutet gehen wir nochmal kurz rein in die Kingfisher 16.700 Dollar das heißt dieser ganze Block wurde jetzt hier schon gefischt jetzt wird die Sache interessant was halt Richtung 17.000 Dollar passiert des Weiteren gibt es noch ganz kleine News und zwar Genesis ja Genesis holt Investmentbank zur Sanierung an Bord und zwar ist es nichts anderes als ein möglicher Insolvenzverwalter das Ganze haben sie hier mitgeteilt aber man muss dazu sagen ja ja den Bericht zur Folge sei eine Insolvenz jedoch noch nicht und das wiederhole ich nochmal noch nicht in Stein gemeißelt ja auf Twitter alle schreiben sie Genesis ist insolvent nein ist sie Stand jetzt nicht ja und das regt mich teilweise wirklich immer ziemlich auf dass die Leute sagen ja das ist passiert das ist passiert das passiert obwohl es noch nicht mal eine Bestätigung gibt ja die Leute verbreiten unnötige Fad hier auf Twitter und auf anderen Social Media Kanälen deshalb wartet doch einfach erstmal ab was hier passiert ja es sind 2,8 Milliarden Dollar die anscheinend hier ausstehen an Krediten aber im Moment ist der Stand so dass sie noch nicht insolvent sind ja deshalb bitte aufpassen immer mit diesen Informationen und wenn dir jetzt hier dieses Video gefallen hat würde ich mich sehr freuen wenn du noch ein Like da lässt und jetzt hier auf dieser Ebene schauen wir uns noch kurz die Bookmap an ihr seht im Moment liegt mehr Liquidität Richtung 17.000 US-Dollar knappe 674 Coins erst bei 15.000 US-Dollar liegen 789 also für den Stand heute glaube ich dass wir durchaus hier Richtung 17.000 Dollar erstmal marschieren könnten wir nehmen uns die Bookmap ja immer dazu um hier einen großen Überblick zu bekommen wo möglicherweise größere Positionen liegen die meiste und größte Position liegt bei 12.000 Dollar 5.870 Coins allein nur bei Binance heißt aber nicht dass diese abgeholt werden in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Donnerstag ich freue mich auf heute Abend ich hoffe ihr habt hier richtig richtig Bock herzlich willkommen auch an alle neuen Subscriber und an alle neuen Zuschauer würde mich da wirklich definitiv sehr freuen wenn ihr dann hier auch gerne ein Abonnement da lasst liked auch gerne dieses Video teilt dieses Video und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Donnerstag hau rein bis dann dein Basti und wie immer ciao ciao